Mein Name ist Paul Seidler. Ich bin stellvertretender Chef-Experte für Landmaschinen, Baumaschinen und Motorgerätemechaniker an der Euroskills 2018 in Budapest. In der Vorbereitungsphase arbeitet der Chef-Experte zusammen mit mir die Aufgabenstellungen. Zusätzlich schaue ich mit dem Kandidaten, was für Kürze er besuchen kann und dass er gut vorbereitet ist für den Wettkampf in Budapest. Die Simon Ruedi erwartet an der Euroskills 2018 Budapest einen interessanten Wettkampf und eine grosse Herausforderung. Ich hoffe, dass er die Aufgaben erfolgreich meistern kann, ohne überfordert zu sein. Ich denke, dass Simon fähig ist, dass er auch Goldmedaille an der Euroskills. Untertitelung des ZDF für funk, 2017